Hallo, ich bin Kaja Marie Möller, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und unter anderem die Stimme von Daisy Ridley und Rooney Mara und Emmy Rossum. Schöner Schal, ganz weich, nicht so kurz wie meine anderen, genau die richtige Länge, kann man zur Not auch zweimal um den Hals schlingen. Und die Farbe. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich war winzig klein und ich war ein typisches Synchronkind. Also meine Eltern waren in dem Business, meine Mama war Synchronregisseurin und mein Vater Sprecher. Und ich war sowieso immer mit meinem Bruder zusammen, haben wir irgendwie im Synchronstudio rumgetobt. Und eines Tages hieß es irgendwie so, scheiße, wir haben ein Kind vergessen. Dieser Satz, fuck, fuck, fuck. Und so Katharina, meine Mama, Katharina, kann ich deine Tochter? Und so. Und ich dann so, hä, was? Und dann habe ich meinen ersten Satz gesprochen, den ich leider vergessen habe inzwischen. Ich wusste den noch, bis ich ungefähr 15 war oder so. Aber ja, jetzt ist er mir entfallen. Aber das war dann so mein Start irgendwie mit vier, wo man noch angetippt wird und einem der Text vorgesagt wird, weil du ja nicht lesen kannst. Und dann ging es so eigentlich weiter bis heute halt. Hältst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, auf jeden Fall. Das war Wo geht es hier nach Hollywood mit Nick Nolte. Und er hatte eine kleine Tochter. Da war ich, oh Gott, wie alt war ich denn da? Vielleicht sechs oder so. Und da erinnere ich mich sehr gut dran, weil es war halt die Hauptrolle und es war eine Riesenrolle. Und ich musste mit Rainer Schmidt zusammen am Mikro stehen und fand ihn so toll und war so, oh mein Gott, wie er das alles macht. Aber war irgendwie so ein angstfreies Kind und habe dann sehr viel von meiner Mama gelernt, die die Regie gemacht hat. Und das war super prägend. Von welchen Kollegen konntest du in den Anfangsjahren besonders viel lernen? Jetzt willst du bestimmt so ein Name-Dropping haben. Aber ich komme ja aus Hamburg und bin in der Hamburger Synchronbranche groß geworden. Und da haben wir jetzt nicht so die großen Stars, sage ich mal. Aber für mich war vor allem ein großes Vorbild Katja Brügger, die Katja Welbert jetzt heißt inzwischen. Und wir waren zusammen in einer Serie, die hieß Profiler und sie hat meine Mutter gesprochen. Und sie war so toll. Und Sabine Falkenberg hat die Freundin, die beste Freundin, glaube ich, von ihr gesprochen. Und die beiden waren halt so souverän und so cool und irgendwie haben immer noch Scherze gemacht bis kurz vor vier. Und da habe ich echt viel gelernt. Und ja, ansonsten gibt es natürlich viele tolle Leute, zu denen ich aufgeguckt habe, von denen ich viel gelernt habe, weil wir ja immer noch alle zusammen im Studio waren. Ja, da war Isabella Grote zum Beispiel, zu der ich aufgeguckt habe. Oder Marion von Stengel oder Holger Malig, Wolfgang Völz. Viele tolle Leute, denen ich zugucken durfte. Hast du jemals mit einem anderen Beruf geliebäugelt? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe dann auch mit vier gesagt, nee, ich werde Schauspielerin. Auf jeden Fall. Meine Eltern so, aha, okay, da gucken wir mal. Und dann, glaube ich, als ich so Abi gemacht habe, war ich sehr, sehr gut im Sport und auch in der Sporttheorie. Dann dachte ich kurz, vielleicht werde ich Sportmedizinerin. Mein Vater so, ja, ja. Aber war die Liebe einfach zu groß fürs Schauspiel. Also da hat sich eigentlich nicht wirklich mal was eingemischt. Stehst du lieber vor der Kamera oder hinter dem Mikrofon? Je nachdem. Also wenn ich viel drehe, dann will ich lieber vor dem Mikro stehen. Und wenn ich viel vor dem Mikro stehe, denke ich so, jetzt könnte ich auch irgendwie mal wieder ein bisschen kreativer werden und wieder vor die Kamera und so. Aber ich liebe beides sehr. Aber wenn man mich vor die Wahl stellen würde, Theater, Film oder Synchron, dann würde ich mich, glaube ich, immer fürs Theater entscheiden. Das ist eigentlich da, wo mein Herz am höchsten schlägt. Was ist das Besondere am Theater spielen? Ach, ich finde es so schön, dass man halt sich wochenlang mit einem Thema, mit einer Thematik so intensiv auseinandersetzt, dass dann wirklich, wenn man bei der Premiere auf der Bühne steht, ist man so angefüllt und ist so in dieser Welt. Und es geht so tief. Man hat sich mit so vielen Menschen ausgetauscht und es ist so ein schönes Teamwork. Man ist nicht so ein Einzelkämpfer, der irgendwie so heimlich in seiner Kammer alles vorbereitet, sondern man arbeitet zusammen und da entsteht so viel Überraschendes auch, finde ich. Und dann, wenn man halt auf der Bühne steht, dann darf man einfach machen. Dann kann keiner einen mehr aufhalten. Gibt es eine Theaterproduktion, die für dich etwas Besonderes war? Definitiv. Das war Rattenjagd. Das haben wir als kleine Inszenierung in einem kleinen Off-Theater in Hamburg gemacht. Aber das war so eine intensive Arbeit mit Paulina Neukamp. Und Jakob Weigert hat mein Gegenpart gespielt und da sind wir so richtig ans Eingemachte gegangen. Da musste ich das erste Mal nackt auf der Bühne sein. Das war für mich auch total schlimm. Und dann war es irgendwie sehr, sehr befreiend. Und ja, da ging es halt so richtig in die Abgründe. Menschen sind so abgründig und wir trauen uns das immer alles nicht zu zeigen, weil wir wollen immer so diese perfekten Personen in der Öffentlichkeit sein. Und ich meine jetzt hier bei so einem Interview natürlich auch. Man ist irgendwie so die beste Version von sich selber die ganze Zeit. Und in dem Stück geht es halt wirklich darum, dass man nach und nach die ganzen Hüllen fallen lässt. Und das fand ich super spannend. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Rooney Mara? Oh, das ist eine gute Geschichte. Ich war zu einem Casting eingeladen. Wer hat mich da denn noch mal... War es Alexis? Von der FSS? Oh Gott, wenn ich jetzt... Naja, ich wurde angerufen. Und es war so ganz hektisch. Und Kaya, wir haben hier so ein Casting. Und irgendwie... Du warst ja jetzt länger weg. Ich war nämlich da gerade... Ich glaube... Ich war da gerade alleine drehen irgendwo. Ich war echt viele Wochen weg. Wir casten schon die ganze Zeit. Und kannst du kommen? Es geht um die Verfilmung von diesen Stieg Larsson, von dieser Trilogie. Kennst du das und so? Und ich so... Oh Gott, ja. Diese Bücher, von denen habe ich mich immer ferngehalten, weil ich die so krass fand. Und kannst du mal kommen? Und dann ich so... Ja, klar. Und bin da hin. Und wie ich halt so bin, mit meiner eher strahlenden, lachenden Art, kam ich da so rein. Und war so... Hey, hi! Und so... Und dann haben mir die hinterher erzählt, die Supervisor, die amerikanischen Supervisor waren so... No fucking way. Never. This is never gonna work. Und dann bin ich halt reingegangen. Und Rony hat da so eine wahnsinnig, naja, soziopathische, dunkle Figur gespielt. Und was für sie eigentlich auch eher ungewöhnlich ist. Und für mich auch. Aber ich bin halt so gerne so ein Chamäleon. Also, das Wort habe ich geklaut von Oli Feld. Der hat das nämlich mal über meinen Papa gesagt. Und ich glaube, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Und ich liebe es halt einfach so, wenn die Rollen sehr herausfordernd werden. Und man halt einfach richtig ins Spiel gehen muss. Und genau. Und da war das dann so, dass ich mich da ordentlich reinarbeiten musste. Und das war total toll. Es hat mega funktioniert. Und dann waren die so... What? This actually does work. Die skandinavische oder die US-Verfilmung der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Welche hat dir besser gefallen? Also, ich finde halt, dass die skandinavische Fassung richtig schön rotzig und dreckig ist. Und da geht es irgendwie so... Es ist wahnsinnig authentisch. Und es geht total unter die Haut. Aber es ist auch sehr intensiv. Und auch so ein bisschen... Also, man muss es schon mögen, glaube ich. Und die Ami-Fassung... Ich finde halt, dass Rooney einen unglaublich geilen Job macht. Und auch Daniel Craig. Die sind ein tolles Team. Und ich fand es sehr unterhaltsam. Also, ich finde, dass auch die Fincher-Version ist eine richtig geile Version geworden. Ich war gerade in Schweden zum Drehen. Und dann habe ich einen Location-Scout kennengelernt, der witzigerweise bei Verblendung mitgearbeitet hat. Und hat gesagt, möchtest du dir vielleicht mal die Welle angucken? Und ich so, hä, was? Er so, ja, ich habe da mitgearbeitet. Und dann hat er mich tatsächlich zu dem Originalhaus aus Verblendung gebracht, wo sie das gedreht haben. Und dann war ich so ein richtiges Fangirl, als wir dann so dieser Allee... Die Allee wird ganz oft gezeigt in dieser Fassung. Und als wir dann zu dem Haus runtergefahren sind, dachte ich echt so, wow, jetzt bin ich hier. Und wie haben die das gedreht? Und so, da war ich selber so ein richtiges Fangirl. Das war toll. Für ihre Hauptrolle in dem Film Carol wurde Rooney Mara 2015 in Cannes ausgezeichnet. War die Rolle für dich etwas Besonderes? Carol, ja, auf jeden Fall. Weil ich mit Elisabeth Günther zusammen aufgenommen wurde. Also wir waren zusammen vor dem Mikro. Und das ist ja heute leider so selten noch der Fall. Und Antonia Gans hat eine ganz feine Regie gemacht, wofür sie ja bekannt ist. Und das war so toll, jemanden wie Elisabeth Günther neben sich zu haben, wie die Cate Blanchett. Einfach so locker, aber mit so viel Gefühl und ehrlichen Emotionen füllt. Das war beeindruckend. Das hat mich auch total inspiriert. Und ich glaube, das wäre eine ganz andere Synchro gewesen, wenn wir ge-x-t worden wären. Und das war sehr besonders. Rooney ist wie so eine melancholische Fee eigentlich. Und ich finde, dass sie immer sehr, sehr viel Tiefe mitbringt. Und sie ist so fein in ihrer ganzen Art, in ihrer Körperlichkeit. Und du guckst in ihr Gesicht und da passiert so wenig, aber so viel gleichzeitig. Und ich finde sie einfach bezaubernd. Hast du einen Lieblingsfilm mit Rooney Mara? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, sogar zwei Lieblingsfilme. Also ich fand Maria Magdalena fand ich ganz toll, wie sie das gemacht hat. Weil ich finde, so einen biblischen Stoff zu verfilmen, ist ganz schön schwierig. Und ich habe ihr das wirklich ehrlich geglaubt, ohne dass ich es kitschig fand. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit demselben Regisseur, Christoph Tschirpka, mein Held, habe ich Song to Song gemacht. Und das war eine Arbeit, das war wirklich ein Highlight. Weil wir haben da wahnsinnig viele Voice-Overs aufgenommen. Und es war so ganz nah, das Mikro war hier. Was wir ja sonst eigentlich eher nicht so haben im Synchron. Und dieser Film war so voller Sehnsucht und voller Schmerz, dass wir da irgendwie so als ganzes Team auch durch so eine emotionale Arbeit gegangen sind. Und ich saß da auf diesem Stuhl und das Mikro so nah. Und es war so echt, es ging so tief rein, weil es von ihr halt auch so fantastisch gespielt war. Und überhaupt so das ganze Setting, der ganze Film, diese ganze Atmosphäre. Man muss es natürlich auch mögen. Ich war mit Freunden dann im Kino und teilweise waren die so, oh Gott. Und ich war so, was, das ist doch wunderschön. Also für mich war es einfach eine richtig tolle, intensive Arbeit. Hast du Rooney Mara mal persönlich getroffen? Ja, ich habe Rooney tatsächlich einmal auf dem roten Teppich getroffen. Da bei der Premiere von Verblendung. Und ich bin mit meinem damaligen Freund da so drüber gelaufen. Es war eigentlich Zufall, dass wir zum selben Zeitpunkt auf dem roten Teppich waren. Und sie hatte gerade, glaube ich, Autogramme gegeben oder so. Und ihre Personal Assistance stand halt direkt daneben. Und dann meinte mein Ex-Freund so, hey, komm, jetzt geh doch mal zu ihr und sag doch mal, dass du das bist. Und ich so, meinst du? Und er so, ja, klar. Und dann bin ich da hingegangen und ich meinte so, hey, hi, I just wanted to say hi. I'm Rooney's German voice and maybe I can just quickly say hello. Und sie so, yeah, oh my God, she has been asking about you. Und so, und dann war ich so, wie, sie hat nach mir gefragt. Sie findet das interessant, was wir machen, weil manchmal denke ich so, dass die Schauspieler vielleicht auch ein bisschen genervt sind, dass sie synchronisiert werden, weil da ja schon immer was von ihrem Spiel verloren geht und auch etwas Neues entsteht, was sie ja gar nicht beabsichtigt haben. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und sie war da sehr professionell mit ihren Fans und so. Und dann hat sie sich umgedreht und hat so gestrahlt bis über beide Ohren und war so, hey, how are you? I've been asking about you. I am so happy that you're doing this und so. Und war total, aber gar nicht so, weil sie ist nicht so eine typische Amerikanerin, die ist nicht so überschwänglich, die ist eigentlich sehr reserviert und zurückhaltend. Und dann fand ich das so schön, dass sie in dem persönlichen Kontakt halt so offen und lieb war. Und dann haben wir irgendwie ganz kurz geredet, weil sie dann ja auch weitermachen musste. Und wir haben noch nicht mal ein Foto oder irgendwas gemacht. Wir waren so irgendwie in der Begegnung drin und es war wirklich sehr schön. Sie spielt oft die Hauptrolle an der Seite von Joaquin Phoenix, ihr angeblicher Verlobter. Verfolgst du die Gerüchteküche? Ja, bei ihr schon. Und Joaquin Phoenix liebe ich auch sehr. Und ich glaube schon, dass die beiden ein Paar sind. Ich weiß nicht, ob sie verlobt sind. Und so genau verfolge ich es dann doch nicht. Aber ich finde, die passen toll zusammen. Und die sind ja beide eher so sehr zurückhaltende Schauspieler, die sich nicht so im Privatleben so veräußern. Und ich finde, das würde schon gut passen. Bei Daisy war es ganz klassisch, ähnlich wie bei Rooney. Ich wurde zum Casting eingeladen. Und da war es auch so, dass ich eine Zeit lang weg war und das Casting schon eine Weile lief. Und die hatten irgendwie noch niemanden gefunden, der Disney gefallen hat. Und der irgendwie so alles mitgebracht hat oder die alles mitgebracht hat. Und dann durften die mir nicht sagen, worum es geht, als sie mir das Casting gesagt haben. Und haben dann aber so, naja, du weißt schon. Und so. Und dann war ich so, oh mein Gott, bin ich etwa zum Casting von Star Wars eingeladen? Und dann wurde ich total nervös und aufgeregt, weil ich die Star Wars Filme geliebt habe. Und dann bin ich zum Casting gegangen und dachte so, alleine das hier ist schon so cool. Alleine das hier zu erleben ist gerade schon so fett. Und dann kam ich da hin und Björn Schaller macht ja die Regie. Und hat mich da ganz toll durchs Casting geführt. Wir haben fast nichts gesehen, weil die ja hohe Geheimhaltungsstufe haben. Und ich glaube, schon eine Woche später oder so bekam ich den Anruf. Und ich saß gerade mit einer Freundin im Café. Und dann war es so, ja, du bist es geworden. Und ich so, was? Und habe das ganze Café zusammengeschrien. Und dann durfte ich meiner Freundin nicht erzählen, worum es geht. Dann durfte ich vier Monate mit niemandem reden, dass ich das mache. Und das war so schwer. Das war die Hölle. Weil ich wollte es natürlich allen erzählen. Ich wollte nicht erzählen, worum es geht im Film, weil ich finde das richtig scheiße, wenn Leute spoilern. Und dann durfte ich aber wirklich vier Monate nicht darüber reden. Und das war eine Qual. Allein 2015 haben dich neun Millionen deutsche Kinobesucher in Star Wars das Erwachen der Macht gehört. Bedeuten dir solche Zahlen etwas? Ach, eigentlich bedeutet mir das nichts. Also ganz ehrlich, es lässt mich irgendwie ein bisschen kalt. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass der Film generell Erfolg hat. Aber ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass dann in einem Jahr auch wahnsinnig viele Leute hören. Nee, ich glaube, das bedeutet mir nicht so viel. Ich glaube, dass so die persönliche Arbeit mir da wichtiger ist. Also was ist das für ein Film? Wie ist die Arbeit gewesen? Was war das für mich? Was ist das so für ein Erlebnis? Und wenn dann Leute zu ihm kommen und sagen, das hat ihnen gefallen, was ich gemacht habe, dann bedeutet mir das viel. Was schätzt du an Daisy Ridleys Spiel? Oh, Daisy ist cool. Die ist so ganz direkt. Und die hat nicht so viele Filter. Also es gibt ja so Schauspielerinnen wie jetzt Nicole Kidman oder so, die sehr ätherisch sind und sich so sehr immer, ich weiß nicht, so eine Art haben, die so fast wie geführt wirkt. Und bei Daisy ist es so, die macht einfach, die geht einfach raus. Und das finde ich toll. Und die ist eine wahnsinnig faszinierende Person dadurch. Die zieht einen so in den Bann. Und es ist sehr fröhlich und offen. Und es gefällt mir gut. In Mad Men hast du January Jones als Betty Draper gesprochen. Wie waren die Aufnahmen zur Serie? Oh, das war eine richtig tolle Arbeit, weil ich war noch mit Sascha Rotermund zusammen im Studio. Also zumindest in den ersten Staffeln. Ich glaube, das hat dann leider auch am Ende aufgehört. Verdammte Scheiße. Und das war einfach geil, weil wir haben eigentlich meistens irgendwelche Bett-Szenen gehabt. Aber wir lagen eigentlich wirklich die Hälfte der Zeit im Bett und haben uns da so richtig einen schönen Weg genuschelt die ganze Zeit. Und das war sehr toll. Ich meine, es sind ja unglaublich geile Figuren, die beiden. Sie ist total gaga. Er hat auch seine lymphomanische, komische Art. Und ja, das war geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Warst du selbst in der Serie? Also ich würde sagen, ja, von dem, was ich gesehen habe. Aber ich habe dann, glaube ich, wirklich nur mal die erste Folge gesehen und dachte mir so, oh nee, das hebe ich mir mal auf, das hebe ich mir mal auf. Und so und habe es bis heute tatsächlich noch nicht angeguckt. Asche auf mein Haupt. Aber ich glaube, es ist genial. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Emmy Rossum? Auch klassisch. Ich gehe halt einfach gerne zu Castings. Nein, also ja, ich habe ein ganz normales Casting gemacht. Und ich hatte eine liebe Kollegin, Tanja Kahana, die mir von der Serie vorgeschwärmt hat. Und sie meinte, das ist so geil und so. Und dann habe ich das Casting gemacht und habe gesehen, wie geil diese Serie wirklich ist. Und dann haben wir halt einfach gearbeitet. Und ich habe gesagt, ja, wenn es passt, dann passt es. Und es soll halt irgendwie, soll ja dem Produkt zuträglich sein. Und dann bin ich es tatsächlich geworden und war, glaube ich, am Anfang, es hat vielleicht ganz gut gepasst, weil sie hat fünf Geschwister in der Rolle und einen alkoholkranken, drogensüchtigen Papa, der von Haki Tenstedt fantastisch gesprochen wird. Und ich glaube, ich musste da genauso wie sie irgendwie so ein bisschen reinwachsen, auf einmal so der Boss im Haus zu sein. Ich war noch relativ jung und dachte so, also als Mutter fühle ich mich jetzt noch nicht so richtig. So ähnlich wie bei January Jones, die ja auch schon zwei Kinder hatte. Ich dachte so, krass, jetzt werde ich hier schon so irgendwie auf so Mutterfiguren besetzt. Und genau, und dann Fiona ist halt eine Figur, die hat alles im Griff. Die schreit halt immer quer durchs Haus irgendwie so, Call, give me breakfast! Und so, die ist halt so, bam, und die kriegt irgendwie so alles derbe hin. Aber ist natürlich auch grundsätzlich überfordert, weil eine Person kann sowas alleine irgendwie nicht reißen. Und so sind wir dann da so zusammengewachsen. Gibt es weitere Schauspielerinnen, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Also ich mag alle meine Feststimmen natürlich wahnsinnig gerne. Ich darf auch ab und zu Black Livesley öfter sprechen. Und die finde ich auch großartig, weil sie ein sehr farbenreiches Spiel hat. Also sie ist in der einen Rolle so und in der anderen Rolle komplett konträr. Und das finde ich immer faszinierend, wenn jemand wirklich so reinschlüpft und sowas ganz anderes aus sich rausholt. Und man ist so überrascht und denkt so, krass, das kenne ich noch gar nicht von ihr. Und die finde ich einfach auch so als Gesamterscheinung, finde ich halt die einfach wahnsinnig toll. Die ist eine Hollywood-Schauspielerin, die irgendwie so überhaupt keine Allüren hat und sehr direkt ist. Und ähnlich wie Daisy Ridley. Also es gefällt mir immer gut, wenn jemand nicht so einen Fass aufmacht irgendwie. Und so Down to Earth ist, das gefällt mir gut. Welche Synchronrolle war für dich eine besondere Herausforderung? Also ich glaube auf jeden Fall Verblendung war damals eine große Herausforderung für mich. Aber auch natürlich so einem Format wie Star Wars gerecht zu werden, ist eine Riesenherausforderung. Aber ich musste mal an eine russische Schauspielerin von der Stimmlage eins zu eins drankommen, weil die halt viel O-Ton genommen haben und dann direkt ins Deutsche übergegangen sind. Und solche Sachen sind wahnsinnig cool. Dann musst du dich da so richtig ranschmiegen und halt auf einmal sprichst du Russisch ist ja sehr so da unten. Und dann kommen so Töne aus dir raus, die du von dir selber gar nicht kennst. Und sowas macht mir wahnsinnig viel Spaß. Einfach, wenn es schwierig wird. Das gefällt mir. Hast du Tipps für Nachwuchssprecher? Auf jeden Fall. Lasst euch nicht stressen. Weil ich finde, alles ist so schnell geworden. Und da fehlt manchmal einfach die Ruhe. Und wir hatten damals einfach viel mehr Zeit und konnten uns den Take auch öfter anhören, bevor es dann mal eine Probe wurde und dann erst eine Aufnahme. Und ich finde, also ich mache das zum Beispiel total oft, dass ich sage, ich höre nochmal, ich höre nochmal, ich höre nochmal. Also weil von einmal hören, gerade wenn es irgendwie ein bisschen komplexerer Take ist, dann das kann man nicht so schnell in seiner Gänze fassen. Und da finde ich Mut dazu zu sagen, hey, ich will nochmal reinhören. Ich höre es mir nochmal an und bitte, bitte, bitte die Liebe zum Beruf nicht verlieren. Weil es gibt wahnsinnig viel zu tun, gerade durch das Video on Demand, die ganzen Geschichten, alles muss deutsch werden. Es gibt sauviele Produktionen und man ist auch sehr schnell an sehr großen Rollen jetzt, weil einfach den Studios gehen gerade so ein bisschen die Sprecher aus, weil es so viel zu tun gibt. Und da kann man auch eine schnelle Mark machen. Und da ist das verlockend dann zu sagen, hey, I do it for the money. Aber es ist so ein schöner Beruf und es ist so bunt und so vielfältig. Und da einfach die Leidenschaft aufrechtzuerhalten, das würde ich raten. Gab es eine Synchronrolle, die sich für dich als Sprungbrett in deiner Synchronkarriere herausgestellt hat? Das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich meine, klar, wenn du dann auf eine Hauptrolle in so einem Riesenprojekt besetzt wirst, dann ist das schon ein Ritterschlag. Also das, denke ich, hatte schon zur Folge, dass dann auch einige gedacht haben, ach so, ja, die Mörder, ja, okay. Aber nee, also habe ich zumindest nicht so erlebt, dass das dann wirklich irgendwas groß ausschlaggebend war. Aber ich glaube eher so für mich, dass einzelne Arbeiten, wo ich dann bei Kollegen mir was abgucken konnte oder mit tollen Regisseuren zusammengearbeitet habe, wo ich einfach viel gelernt habe, wo man dann gemerkt hat, okay, das Projekt hatte vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber ein paar Leute in der Branche haben das mitbekommen und haben auch gemerkt, dass man sich dadurch weiterentwickelt hat und so, ja. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ja, jetzt muss ich so was Kitschiges sagen wie, also irgendwie sind alle Arbeiten Höhepunkte. Aber klar, also die großen, tollen Filme, der Terrence Malick-Film war wirklich ein großes Highlight in meiner Synchron-Karriere und natürlich Star Wars. Also das muss ich einfach so sagen, ist ja klar. Es war irgendwie so auch ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und das waren natürlich emotionale, persönliche, private Highlights. Da wünsche ich mir, dass ich bis ins hohe Alter spielen darf. Ich habe immer gesagt, es wäre wirklich schön, auf der Bühne an einem Herzinfarkt zu sterben. Dann wäre ich absolut zufrieden. Im hohen Alter wohl bemerkt. Und ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwie so alle drei Standbeine weiterhin behalten darf. Dass ich auf die Bühne gehen darf, vor der Kamera sein darf, synchron sprechen. Und ja, und vor allem wünsche ich mir aber, dass Synchron einfach auch immer, immer dabei bleibt. Und ich hoffe, dass wir nicht irgendwann aussterben, weil wir durch irgendwelche Computer ersetzt werden. Das wäre der Horror. Was machst du gerne, wenn du nicht am Mikro oder auf der Bühne stehst? Dann bin ich eigentlich ziemlich spießig. Also ich liebe es, in meinem Garten zu graben und Tomaten zu pflanzen und zu ernten. Und ich lese gern, ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur. Mein Freund und ich reisen sehr gerne. Wir gucken uns die ganze Welt an. Und ich liebe Musik, hören, machen, Gitarre spielen, tanzen. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Oh Gott. Also ich glaube, ich habe eher so Situationen erlebt, die halt so eine Situationskomik haben. Ich weiß nicht, ob man die so gut erzählen kann. Aber zum Beispiel haben wir vor vielen Jahren viereinhalb Freunde gesprochen. Das war so eine Hörspielreihe in Hamburg. Da war Tobi Schmidt mit dabei, Yannick Endemann, Eva Michaelis, mein Bruder, Ivo Möller. Und das war sowieso eigentlich immer eine ganz lustige Truppe. Und Hörspiel als Jugendlicher, naja, mal hast du halt dein Skript ganz gut vorbereitet und mal halt gar nicht. Und dann gab es eine Situation, wo wir komplett abbrechen mussten, weil Folgendes passiert ist. Eva Michaelis hat eine Replik, darauf sagt Yannick irgendwas, ich sage irgendwas. Und Tobi Schmidt ist dran und sagt, nein, ach komm, das ist auch wirklich. Und fängt halt total an zu lachen. Wir wussten alle überhaupt nicht, was los ist. Und er sollte das Wort Bockmist sagen und hat das vorher noch nie in seinem Leben gehört. Und meinte halt so, Bockmist, was ist das für ein Wort, Bockmist. Und lacht sich halt komplett kaputt. Und wir halt, in den alten Zeiten, hast du alles nochmal von vorne gemacht. Es kommt immer wieder an diese Stelle und immer wieder packt es nicht. Und lacht sich halt kaputt. Und es hat uns dann irgendwann auch alle so geschmissen. Und als er es dann endlich hingekriegt hat, haben wir alle anderen halt einen Krampf gekriegt. Und dieses Ding ist irgendwie nie zustande gekommen. Ich glaube, wir haben es dann tatsächlich irgendwann in Bullshit geändert, weil er es einfach nicht sagen konnte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020